50% Ladung, 141 km Reichweite und die nächste Ladesäule ist 23 Minuten entfernt, 28 km. Ihr habt euch vermutlich kurz gewundert, wieso ich gesagt habe, juhu, die Heizung, weil gestern war es ja noch um die 18 Grad im Schatten, aber heute nicht, 8,5 Grad, es hat in der Nacht geregnet und es ist zwar noch bewölkt, aber es hat deutlich abgekühlt, 8,5, ja. Und ich mache meinen Sticker für heute, für meinen Kalender. Schauen wir mal, was relevant war. Ja gut, da stand gerade SD-Karten-Error, SD-Karten-Error, hoffentlich geht es jetzt wieder. Ich habe einen Friedhofsparkplatz gefunden. Da ist ein guter Parkplatz, ein Friedhofsparkplatz. Schauen wir mal, ob es da eine Stelle gibt, die nicht einsichtbar ist. So, jetzt habe ich die GoPro übertragen aufs MacBook und die SD-Karte neu formatiert. Das sollte man eigentlich jedes Mal machen, weil wenn man es nur am MacBook löscht, ist es scheinbar nicht dasselbe Effekt, wie wenn man es an der GoPro neu formatiert. Gut, jetzt geht es wieder. Jetzt schaltet es sich nicht mehr aus. Dann fahre ich mal weiter. Ich habe mich gerade gewundert, wie am Schluss die Straßenführung total komisch war, dass ich schon gedacht habe, Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht als Geisterfahrerin auf die Autobahn fahre. Und dann habe ich festgestellt, aha, es ist eine Autobahnraststätte und man kann ohne auf die Autobahn zu fahren, da hinfahren. Und da hinten ist ein Wohnmobil und ich habe 51% und das ist ein Selected Partner, also das sollte meine Karte auf jeden Fall funktionieren. Und gut, dass ich mir diesen gemütlichen Pullover beim Alcampo gekauft habe, weil es ist wirklich kühl. Das ist ein Schnelllader, oder? Ja. Wie unbekannt. Dann machen wir es mit der App. Das häuft sich hier in Spanien, dass die guten Ladekarte nicht erkannt wird. Echt jetzt? Google Maps so, die Mona hat schon lange kein Abenteuer mehr erlebt. Lassen wir sie doch mal ein bisschen Offroad fahren, wieso nicht? Ob das eine gute Idee ist? Ich meine, breit ist hier, ist der Feldweg hier. Nein, habe ich doch schon gesagt, ich will nicht Autobahn fahren. Nein, danke. Wieso fragt er mich denn zweimal, ob ich Autobahn fahren will? Bloß weil es schneller ist, heißt das doch nicht, dass es besser ist. Ich verbrauche doch viel weniger Strom, wenn ich nicht Autobahn fahre, sondern den direkten Weg. Okay, hier ist wieder Thea. Warum war da ein kurzes Stück Feldweg? Ist ja irre. Haben wir sowas in Deutschland? Riesenschlagloch. Noch ein Riesenschlagloch. Ah, da vorne ist wieder der Feldweg. Und da kommt mir ein SUV entgegen. Gut, dass ich den rechtzeitig sehe, weil dann kann ich schön ausweichen. Ist ja der Wahnsinn. Aber weit ist es nicht bis zu einer normalen Straße, wie es aussieht. 1,3 Kilometer ist ja in Ordnung. Was sind das eigentlich hier? Sind das kleine Olivenbäume? Oder ist da was anderes angepflanzt worden? Und dann, nach Tagen des Reisens über Feldwege, endlich Andalusia. Und dann, yes, das letzte Bundesland sozusagen vor der Fähre. Die Ironie von Google Maps. Ich so, ja, ich möchte in die Stadt Santa Elena und Google Maps so. Hast du Lust auf eine super geteerte Straße mitten durch die Berge mit tausenden von Serpentinen? Links und rechts Kreuze von Zeichen vergangener Versuche, diese Strecke zu bewältigen. Auf dieser Straße können keine zwei Autos aneinander vorbeifahren. Es gibt nur ungefähr alle 500 bis 1000 Meter eine Wende möglich, eine Ausweichmöglichkeit. Hast du Bock auf sowas? Und ich so, ja. Und ja, da haben wir den Salat. Also zum Beispiel diese Kurve hier. Wenn einem jemand entgegenkommt, muss irgendeiner von beiden zurückfahren. Bis zum Beispiel hier in diesen Randstein. Oder bis hier in diesen Mini-Feldweg. Zwischendurch mal wieder mehr Ausweichmöglichkeiten. Bisschen breiter, aber vor allem in den Kurven. No chance whatsoever, da aneinander vorbeizufahren. Also da muss man schon vor der Kurve wissen, ob einer kommt. Und man bräuchte hier eigentlich 15.000 Periskope, dass man hier wüsste, was einem um die Ecke rum blüht. Und da gibt es keinen einzigen Spiegel. Also man kann Glück haben oder auch Pech. Zum Glück ist ja hier alles relativ verlassen. Niemand da. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt jemand kommt, nicht allzu hoch. Und so habe ich jetzt noch 22 Kilometer vor mir. Ich sehe gar nicht, ob da Wasser drin ist. Ich bleibe da mal rechts stehen. Ich sehe gar nicht, ob da Wasser drin ist. Die Kamera läuft ja noch. Druck auf den Ohren. Schauen wir mal, ob da unten Wasser im Fluss ist oder ob das ein ausgetrocknetes Flussbett ist. Ich höre ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, ob das zu wenig ist. Ja, viele Flüsse gibt es nicht und dann ist meistens, wenn ein Fluss da ist, eine riesen Mauer, die man nicht überwinden kann. Oder es ist mitten, der einzige Zugang ist mitten im Ort und weiter draußen überhaupt kein Zugang. Oh, ich glaube, das ist möglich. Habe ich es mir doch gedacht. Ja, endlich mal wieder ein Fluss. Diesen Punkt muss ich mir merken. Da ist sogar tief genug zum Baden. Jetzt habe ich kein Handtuch mitgenommen, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ich auf dem Weg zu einem Fluss ein Handtuch mitnehmen? Ja, ja. Okay, okay. Ich bin bereit. Da ist einer da oben. Obso, der bleibt nicht stehen. Bleibt der nicht? Okay. 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 Da hat einer einen Berg runter. Was geht denn noch durchfahren? Ist eigentlich lächerlich. Lächerlich? Weil er kommt. Oh, schön kühl. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Herrlich hier, dass es so was in Spanien gibt. So ähnlich wie in Frankreich, Italien, Schweiz, Bayern, Österreich. Sehr, sehr schön. Ganz toll, sehr vertrauenserweckend. Ein verlassenes Hotel. Und da ist die Ladesäule. Echt jetzt. Krass. So ungefähr. Aber wir haben da ein Grundstück. Da kannst du deine Ladesäule hinstellen. ganz cool. Und das. Die Ladesäule. Und das. Sagen. Dann. Und. Und die Ladesäule. Und die Ladesäule. Die Ladesäule. Und... Only classics. ... Das ist meine Karte Schauen wir mal, was wir hier haben Also ich möchte 1D Das ist meine Karte, bitte schön Akzeptierst du die? Hallo? Keine Reaktion Muss ich jetzt noch eine App runterladen Es ist eigentlich schon gar nicht mehr zum Lachen Was soll ich denn machen? Wenn man nicht lacht, dann kann man ja nur heulen Zum Heulen ist mir jetzt noch keine Zeit dafür Pon financiado por la Unión Europea Also Europa hat es ja gut gemeint Aber ich meine, es funktioniert nicht Probieren wir es mal mit der App Vielleicht ist das ein grundsätzliches Problem Der Ladekarte in Spanien Dass die einfach meistens nicht geht Komisch Also das war jetzt auch schon das zweite Mal so Dass die App angezeigt hat, ich würde laden Obwohl ich ja gar nicht lade Bin ich jetzt wieder zu weit weg Oder was? Was ist ein 1A für einer? Ist auch ein Schnelllader Die sind immer so schwer Die sind immer so schwer Und nun Vielleicht doch nochmal mit der Karte versuchen Aha Der wollte also, dass man zuerst einsteckt Manchmal ist das so Die meisten Ladesäulen wollen, dass man sich zuerst autorisiert und dann einsteckt Aha Er fängt an zu laden Das Problem war nicht die Ladekarte, sondern die Reihenfolge Warum ist die auch immer anders? Man kann es nicht flexibel gestaltet werden Meinetwegen Man kann gerne zuerst die Ladekarte oder die App aktivieren Man kann aber auch zuerst das Auto einstöpseln Ende 16.45 Uhr Ende 16.45 Uhr Also 25 Minuten lädt er jetzt Welchen? Alles verlassen Lost places en masse Wahnsinn Irre Wahrscheinlich auch das Das halbe Dorf auch verlassen Aber es leben noch Leute Da wahrscheinlich die älteren Leute Ich meine die halt Hier schon ihr ganzes Leben Hä? Richtung Madrid? Nein? Na gut Alle Wege führen nach Rom Und das hier? Ist das Maria oder ist das eine Heilige? In 200m At the roundabout Continue straight to stay on J5020 Maria ist eine Heilige? Ja? Sorry Ich bin so Neben mir Total daneben Weil ich die ganze Zeit nur fahre Lade Fahre Lade Fahre Lade Fahre Lade Eine Ruine mit Wiese und Bäumen Hier ist ja sehr hübsch So viel Wiese Für richtig Für richtig Fahre Lade Fahre Lade Fahre Lade Fahre Lade Das ist soo wunderschön hier Da sind lauter Musik Felsen und Bäume und Gras und schön 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 und da hinten ist schon die sonne am untergehen hinter den sieben bergen bei den sieben zwergen das ist sowas von schön also das ist bis jetzt der schönste teil von spanien durch den ich in den letzten tagen gefahren bin und das wundert mich weil jetzt bin ich schon viel weiter südlich da müsste eigentlich viel trockener werden aber hier ist es viel grüner das ist total super irre seht ihr das diese ganzen mosigen steine ist das nicht hübsch ist das nicht wunderschön hier komme ich mal wieder her auf dem rückweg wirklich ganz ganz hübsch obwohl ich ja auch mal an der nordküste gerne wieder mal fahren würde war ich nur einmal und nur durchgefahren nordküste müsste ja eigentlich auch sehr grün sein weil norden da regnet es doch mehr oder auch in spanien ich und meteorologie oh schäfchen wie hübsch wie schön die süßen kleinen schäfchen die hübschen kleinen schäfchen und da sind ein paar braune dabei ganz hübsche ganz süße schäfchen wie hier aus w